Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, wir sind jetzt hier auf der Vaneltia und sind von der Gefängnisinsel wieder aufgebrochen. Und wir wollen jetzt die Erdenpulspunkte absuchen und eigentlich ist genau einer unter uns. Und wir wollten jetzt rausfinden, ob vielleicht ein Aetherion in Form eines Fisches hier rumschwimmt. Und ja, ich würde sagen, wir klappern hier mal das Ausrufezeichen da hinten ab. Bei, ach Gott, wie heißt der nochmal? Und die Sterne auf jeden Fall bei Rokoro, Magilou und Lafisette. Hm, okay. Überlass das mir, ich mache dir nur eine furchterregende Angelausrüstung, so wie es mir der Käpt'n selbst gezeigt hat. Na gut. Aber ich glaube, ich kann es nicht sagen, dass ich wirklich das Rad in die Tests legen möchte. Ja, ich weiß das Gefühl. Wenn ich ein guter Schmuck finde, es gibt nichts, was ich mehr machen, als es zu schwingen. Natürlich. Es gibt nur etwas über guter Gerät, das die Blut pumpen. Ja. Aber in meinem Fall, es ist meistens eher wie Blut spürt. Ein bisschen zu viel Blut, wenn du mich fragst. Listen, wir fischen, no matter was. Wouldn't eine Kompatition wäre besser für diese Blut pumpen? Fine. You're on. But we both know already, how this is gonna end. You can plan all the victory speeches you like. But fishing is like life. Doesn't always go the way you think it will. You ready? Let's do this. At what point did the Therian Hunt turn into a contest? Lass es uns noch interessanter machen. Der Verlierer muss dem Gewinner einen Tag lang dienen. Mit Fujibayajis Angel in den Händen. Fujibayashis Angel in den Händen. Ist mir der Sieg sicher. Du hast keine Chance. Diese Wette wirst du noch bereuen. Männer. Wenn du wirklich ansprichst. Wenn du wirklich ansprichst die Fischi's hast, wirst du niemals zum Erinneren übernestetst. Nichts wie sie ein Bait verheiratet, ist ein schlechtes Pferd für eine barbte Hände in die Lippe und eine krölle Death in die Unvergibungheit. Ich ansprichst nicht ansprichst. Fisch ist für mich, um es zu beherren und zu essen. Das ist mir klar. Ich kann nicht sagen. Wirden, es ist frisch, oder mit ein bisschen Salz. Du kannst nicht falsch. Hey Velvet, ich habe einen riesigen Riemenfisch entdeckt. Versuche ihn zu fangen, ich habe Hunger. Versuch's doch selber. Was sagt Bienfu? Das ruft Erinnerungen wach. In einem Sommer hat mich Magilu mal als Köder benutzt, um einen Wal zu fangen. Und ja, es war auch so lustig, wie es sich anhört. Echt, das fand er lustig? Okay. Ah! Der Rest ist mit dir. Jetzt raus und fisch auf einen großen Weg. Atherian, du sagst. Vielleicht geben es einen Schuss. Es ist nicht so, dass jemand anderes erinnert, was wir hier sind. Oh! Niemals riecht die Linie! Bleib ruhig. Fischung ist nicht um die Kraft. Es um die Zeit. Oh, okay, gott. Hier kommt es. Du bist bereit? Das stimmt, ich bin. Ich habe es gelegt, bevor es überhaupt landen kann. Wenn es Atherian ist, dann darfst du ihn. Jetzt! Heave! Na, was du wissen? Nicht ein Fisch, nicht ein Atherian. Na, schau! Das kann man nicht essen. Oh. Es sieht aus, dass es dich fit hat, Lafizette. Warum probierst du es? Ich concur. Vielleicht wird er seine persönliche Persönlichkeit geben. Meine persönliche Persönlichkeit? Das stimmt. Das stimmt. Du, was ich sagen? Das sieht gut aus, Lafizette. Wenn du... Du, das stimmt? Du wirklich so? Ja. Du hast einen Fisch gefangen, dass du? Du bist dein speziell Charme, Kindle. Wierst du? Wir gehen nach Therian Fischung. Hey, you don't need to take it so seriously I have to catch the Therian Maybe then Velvet will see me for who I am Ugh, not a bite Oh, quit your grumbling Who was it who said fishing doesn't always go how you think it will Spoken like a true heartless pirate Oh, hey, I've got something Whoa, looks like I'm next Not a single decent catch I think it's decent Huh? You found a look all your own Ah, the vagaries of youth You don't take half measures, do you, kid? What's wrong, Lafayette? You look ridiculous, take that off Stop it, what do you know about me anyway? I, I know that looks silly on you All you know is your Lafayette Hey, Velvet, something's pulling on your rod Huh? Ugh It's a big one Give it everything you've got I know what I'm doing It's, it's a big one It's a big one, all right, but A pot, yay But what's a pot doing out here? There's something inside it Yeah, yeah, der gute Octopod Wer kennt ihn nicht? Yay Und ich wollte gerade sagen, die waren eigentlich wirklich relativ easy Phew That was scary Be more careful before you approach a suspicious object You think Lafayette would have stayed back? That has nothing to do with this Hold on, there's something else inside Was zur Hölle? Was ist denn das für ein, für ein Pott? Sehr interessant Ich bin mal gespannt, ob das jetzt die letzten sind, die da rausgekommen sind oder ob da gleich noch was rauskommt It's over, right? An octopus army A horde of undead What the hell is this pot? Magnificent To think I'd get to see one with my own eyes Huh? Is there something special about this creepy old pot? Creepy, you say That's why these things need to be left to the professionals Listen and behold This is none other than a water jug Made by the potter Grun During King Claudin's reign It was a legendary once in a millennium masterpiece But it was lost in the second warring states period Two hundred years ago Assertive yet not ostentatious The piece draws you in with its Stately curves And the subtle shimmer of its colors Which belie a hidden savagery Two lectures in one day Yeah He's talking gibberish But that's men in general, I suppose The lost glazing technique of the Orasaurin is so vibrant It looks like it could start moving at any moment Okay, vielleicht ist das unser Therion Wäre auf jeden Fall interessant herauszufinden Er hält ganz schön viel aus Ich hoffe, ähm Ah, oh Gott Betäuben wir mal super Äh, das gibt's noch nicht Ich mach dem keinen Schaden Au Wobei, jetzt hat er mich betäubt Jetzt müsste ich ihn zweimal betäuben Um wieder irgendwie Schaden machen zu können Oh je, oh je Ein Viertel hat er jetzt runter Das Problem ist, ich Ah, das ist jetzt gerade echt nicht einfach hier Aha, jetzt hab ich ihn einmal erwischt Super, er hat mich auch direkt wieder erwischt Oh, 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 oh Warte mal, was ist hier? Warum bin ich denn so langsam? Der slowt mich die ganze Zeit, ne? So, einmal betäuben Hat geklappt Jetzt muss ich ihn nochmal betäuben Aha, so, jetzt So, das soll ja mal ein bisschen Schaden machen Oh, jetzt hat er mich wieder betäubt Hm Okay, einmal Au Und schon wieder verloren Und wir haben gewonnen Meine Güte Das ist ein Kampf Ein, 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 ein Kampf in der Spann Wollte ich jetzt sagen Ein spannender Kampf Problem ist Ich bräuchte dringend Heilung Äh, Objekte Apfelgelee Warte, hab ich jetzt das Falsche genommen? Ja, super Ah Trank des Lebens Auf Velvet Verflickst, verflickst, verflickst nochmal Den kriegen wir aber noch platt Den kriegen wir schon noch platt Ich mach hier keine Au Die geben nicht auf Ein bisschen Heilung wäre cool Dankeschön Ah Immer wenn ich ihn betäube Werde ich im nächsten Augenblick auch betäubt Das gibt's doch nicht Ah, dieses Lohn Heil mich, lauf mich, set Bitte Autsch Oh mein Gott Heilung Bitte, bitte heil mich Lafisat, laufisat, laufisat Äh, Apfelgelee Warum kann ich das nicht? Ich dachte, das heilt mich Lafisat, bitte heil mich Doch Oh oh Jetzt muss ich gerade sehen, dass ich irgendwie ausweiche Ah, danke Elianor Oh, das gibt's doch nicht Jedes Mal Jedes Mal So, hier Ich muss mal wieder meine ganze Power irgendwie rausholen können Äh Äh Au Ah Zehn Stunden später Gleich Gleich haben wir ihn aber Ich muss jetzt nur aufpassen Dass ich es jetzt nicht noch versaufe Ein bisschen jetzt noch irgendwie den Schaden gemacht bekommen Wie den letzten Rest So, blocken Jetzt aber Jetzt aber Jetzt wird er mal richtig reingehauen Okay, jetzt haben wir ihn gleich Wir haben ihn gleich Au Au Ah So, das kann er gerade nichts machen Ausnahmsweise Au Au Dieses Drehen immer Ich denke aber auch nicht dran Na eben irgendwie wegzugehen Oder so Ja, wir haben auf jeden Fall Bis auf Magilo Alle ein Level abbekommen Ist das auch schon mal was wert? Ja Wenn es da gewesen ist Du denkst Ol' Aizen's Reeper curse Wurde ihn aus Oh So, das ist Warum all we caught Today Were weird Useless things Right Ich vergesse About the curse So, all this Was Aizen's fault Huh Funny How quickly You get used to it Oh My power Didn't end up Helping us out At all Nope Oh But I know You're not the type To give up After a little setback Isn't that right Fi Huh Fi It's your nickname Not a whole lot Of thought put into it But You're you You're Fi Velvet Fi I like it It has personality Thanks Of course If you still feel like Giving up No I'm gonna find us The next Earthfalls point Oh Hey There's something else Inside the pot This golden luster It's 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 Orichalcum I get it now This must be where that ship sank All those years ago The one Kurogane told us about Hell yeah Kurogane might actually be able To make me an Orichalcum sword Nice find Aizen You too Lafissette It wasn't easy But we didn't come away empty-handed And just getting a chance to fish again Was lots of fun Yeah I had a really good time too Even I was entertained Especially your little costume show Kiddo The sun's going down soon Let's head back to Titania Ach ja Zurück zum Lager Zu unserem Unterschlupf Zum Versteck So Wir haben den alten Wasserkrug erhalten Und diesen Block Und einige andere Ja Mehr oder weniger Sinnvolle Dinge Ich würde eher sagen Dass sie nicht sonderlich sinnvoll waren Aber mach nichts Es war trotzdem ein lustiger Trip Hier mit dem Angeln Und ich finde es ganz lustig Dass auch noch Ja Nach wie vor Ein bisschen Humor Hier mit in das ganze Spiel Eingebracht wird Und mitspielt Finde ich persönlich super Gibt einfach nochmal Ein bisschen Abwechslung Wie seht ihr das denn? Wie hat euch die Folge gefallen? Ich bedanke mich auf jeden Fall Ganz ganz herzlich Bei euch fürs Zuschauen Und wir sehen uns morgen wieder Wenn ihr mögt Macht's gut Tschüss Schon mal